so hat braune haare düster der wachs und trägt ein kurzem nicht lang irgendwo hier muss er sein ich frage mal hier noch für das versuchen weil ich hier ist ja keiner er kann das muss sein das ist keine braunen haare interessen reden heute rausfinden ob der düster ist ja nachdem abonnenten riep riep japan Prozent Wurzelt Spur die Abo die die ein Jahrhundert das wird nix das wird nix nötig jetzt haben wir hier so den Fall Können wir machen ein Foto mit ihr. Foto machen mit dem. Können wir einfach überall ein Foto machen. Ich will das mal eben ändern. So. Wir nehmen ihn jetzt einfach fest, weil ich weiß nicht mehr, wie wir es sonst festnehmen sollen. Verhoften. Du bist das auf jeden Fall nicht. Hä? Hä, das ist aber... Hier ist keiner, der auf die Beschreibung passt. Hm. Er ist schon mal falsch. Da ist ja auch noch jemand. Ne. Warte mal, ich mach mal eben eine Pause, damit die Zeit nicht immer so weg geht. Er ist in Jürgen. Den hatten wir schon. Das hatten wir alle schon. Wer ist er? Postbote. Biersbach. Mhm. Wer bist du? Du bist ein junger Erwachsener. Wir suchen aber einen Erwachsenen. Hm. Gut. Mhm. Gut, dann gehen wir zurück auf die Polizeistation. Dann suchen wir noch weiter... Müssen wir noch weiter suchen. So wird das, Wix. Hm. Falsche Spur. Gut. Ja, wir finden ihn nicht. Wir gehen jetzt einfach... Hm. Und weise weitermachen. Weiterbeweise. Oh, geht nicht. Wir haben die Fächer. Weise hinzufügen. Weise hinzufügen. Mach mal weiter. Hammer für Fuhn. Steht mit seinem Handy. Hose, Männlich. Das hatten wir ja alles schon. Ist nix neues. Weitere Hinweise suchen. Hm. Hinweise hinzufügen. Ja, noch haben wir so eine Entschlette. Hm. Hinweise hinzufügen. Ja, wow. Wir finden das trotzdem nicht. Na, mehr wird doch nix. Ah, Mist. Gehen wir jetzt mal auf die Toilette. Oh. Ja, tu leid. Ja, aber da haben wir kein Geld verdienen mit. Ah, der Fall ist echt schwierig. Ich glaube, das wird nix mit dem Fallen, aber okay. Wir schaffen das schon. Okay, komm. Geh erst mal. Und hast du so lange gemacht? Nix. Das ist nur mal repariert. Dann machen wir hier. So. 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 So, weiter geht's. So, was schlafen war? Du, was willst du machen? Du reparierst das mal hier. Und dann wegwerfen. So. So. Dann plündern und dann wegwerfen. Und wegwerfen. So. Dann da noch. Toilette. Warten wir hier. Bewässern. Und alles ernten. Und dann muss ich was essen. Das war bestimmt Erdbeeren gleich. Was ist denn hier? Toilette für Küche. Guck mal. Ganz. Guck mal. Garotte essen. Garotte essen. Garotte essen. Na. Gut. Hat nicht viel gebracht. Dann gehen wir. Bad. Mh. Und dann. Um meh zu bereiten. Obstkuchen. Obstkuchen. Lecker, lecker. Schmecker. Obstkuchen. So und du. Isst gleich verdwungen. Obstkuchen. Dann. Weiß wir, was du da machst? Dann soll was. Wir gehen auf Toilette. Was haben wir denn da drin? Weißt du was? Du weißt auch gar nicht, was du machen sollst, ne? Hier hingehen. Aufräumen. Gut. Machen wir erst mal die hoch. Nee. Dann gehen wir du baden. Dann. Kochen. Nee, doch nicht. Jetzt kochen. Du. Personal einstellen. Frühstück. Ah ja, mit Tops. Nur noch zwei Stunden. Tut das Foto. Ansonsten. 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 Okay, wir müssen uns jetzt essen. Ansonsten. Mitmachen. Müsst du den Fall lösen. Den Fall, der nicht zu lösen ist, schaffen wir noch nicht mal jetzt. Geh nochmal auf, los. Wir haben jetzt informationen. Das wird einfach nichts. Dreck zur Fahndung. Dreck zur Fahndung. Fahndung einleiten. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal, den jemanden zu finden, den wir nicht finden. Oh, 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 oh. Wir sind schon wieder an der selben Stelle, den rastet sich aus. Jetzt sind wir hier. Okay. Wenn du ein Erwachsener bist, du hast keine braunen Haare. Du bist es nicht. Du? Du bist ein Teenager. So. Machen wir so, fahren wir den? Wo hast du bitte schon jemanden gesehen? Hier ist niemand. Können Wasserfall brauchen. Setzen und es versuchen. Nach unten gehen. Hör mal auf. Wir gehen jetzt nach unten. Aha. Okay, da ist der unten auch noch. Ja, du bist auch wieder hier. Du, guck mal, bist du ein Öl. Verwachsener? Du bist es. Direkt verhaften. Du kannst nur sein. Oh, oh. Hör mal stopp. Ne, du bist das. Hey, du bist es nicht. Ach. Ist aber echt schwer. Du kannst es auch sein, ne? Dann nehme ich dich fest. Einer von euch muss das sein. Der kostet schon braunen Hose und düster. Hallo, nehmst du den jetzt mal fest? Gut, nehmt den nicht fest. Was bist du? Nee, du kannst doch dir auch nicht sein. Und dich hatten wir gerade. Du wolltest nicht. Was ist das, schwarze Haare? Oh, hier. Da wird sich die Person fragen. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. ja du läufst du dorthin nimmt dich für job leisten kann ich weiter und gehen findet ihn nie der geht immer weg und da ist er doch und ich weiß hatte ich immer noch einen neuen fall ich mache neunfall ist viel zu dumm da haben man 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 wenn man von neunfall jetzt bitte nix es gibt noch kein wettdächtigen ich hab eh noch nix so aber vorher machen wir das machen alle beweise erst mal weg du bist du ja tatort reisen so machen wir einen neuen fall ja 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 ja